So, hier kommt zurück meine lieben Freunde. Wir sind mal wieder Horizon 5 am Start. Wir machen so ein bisschen die Events hier durch und fangen mal an mit der Prüfung. Ich weiß bis nicht, welches Auto wir da haben sollten. Wo ist er da? 1980er B700. Mal direkt mal gucken. B... Ist die überhaupt schon drin? Ne, natürlich nicht. 1987er. 35. 97. Puh, schwierig, schwierig. Mal direkt zurück. 187er. 86er hätte ich was da. 87. Grosswurf. Lässt sich auch nicht schlecht fahren, muss ich sagen. Machen wir mal einsteigen. Ja, geht auch gleich los. Äh... Nein. Nein. Ja. Sollte man natürlich wissen, welche Taste das ist. Hallo. Gut. Auf ein neues. Ich habe so Zahlen noch da für das Fanatec. Taste 1, Taste 2, 3, 4 und so weiter. Egal. Team finden. Es könnte die hier sein. Wir sind nicht sicher. Wir sind nicht sicher. 1980. Ah, scheiße. Noch weiter vor. 1980. Wehe. Ist der natürlich zu alt, ne? 74. Dann nehmen wir hier den kleinen, wenn das geht. Ah, shit. Der hat sieben Gänge. Ah, kurz ins Tuning. So. Da fahren wir den Gang gar nicht. Schöpfchen. Sorry. Not dass du nicht passt. Nichts. Ach. Also werde das Wasser. Ja, sie haben die Äxico. Servus ist mir in die Höhe. Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast dein Ziel erreicht. Okay, das ist natürlich das, was wir wollten. Ach doch auch, die aus den 80ern. Ja gut, dann kann man doch den Crosswurf nehmen. Ja gut, dann kann man doch den Crosswurf nehmen. Ich hoffe, dass die anderen Mitspieler das alle checken, dass wir mit einem Team sind. Aber wahrscheinlich nicht. BTSR. BTSR. Ich weiß nicht. 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 Nichts? Tschüss. Fragen., ey? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020